Oma, da kommst du mir ja schon entgegen. Mann, Wubatz, legal. In Deutschland darfst du seit heute brauchen. Pflanzen, drei Pflanzen. Drei Pflanzen darfst du haben. Willst du, willst du anbauen? Aber wenn man so alt ist wie ich, dann 25. Oma, mit 25 kannst du ein kleines Geschäft aufmachen. Fang mal an. Ich hab ja einen Balkon. Ja, zur Sonnenseite, dann kannst du schön... Ja, Sonnenseite. 25 Pflanzen ist ja auch echt eine Menge. Und wie geht das dann so, wenn man diese Pflanzen hat? Was weiß ich? Ist das wie bei Tabak? Keine Ahnung, Oma. Ich hab tatsächlich nicht so wirklich Ahnung davon. Aber du kannst dich da ja einlesen, du hast ja viel Zeit. So viel Zeit hab ich auch nicht. Ich muss ja auch noch Bücher lesen. Du kannst doch Bücher über so Handpflanzen lesen, dann kannst du doch deine beiden Hobbys kombinieren. Liest du dich ein in die Materie? Weißt du, wer Snoop Dogg ist? What? Snoop Dogg? Snoop Dogg? Snoop Dogg ist so ein amerikanischer Rapper. Den musst du dann hören den ganzen Tag. Smokeweed every day. Da 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 da. Dasって motherfuckerschönjesğu Bigot Вosges. Snoop.